Um mehr über Martin und sein Doppelleben zu erfahren, reise ich nach Tauberbischofsheim. Hier ist Martin groß geworden. Schon früh interessierte er sich für Computertechnik. So mit 16, 17 gab es immer wieder so Veranstaltungen, so Tanz hatten wir das genannt bei uns. Das war auch so die Zeit, wo das bei mir angefangen hat, dass ich mich so fürs Internet so ein bisschen mehr interessiere und auch öfter mal am Rechner war. Warst du denn der klassische Computer-Nerd? Tüte, Chips, Flasche Cola, den ganzen Tag am Rechner sitzen, während Angriff Fußball spielen? Ne, also so wie man sich so ein Computer-Nerd vorstellt, überhaupt nicht. Also ich war natürlich schon interessiert an so PC-Themen, aber tatsächlich hatte ich auch meinen Freundeskreis wie jeder andere. Ich habe gefochten, es hat viel Zeit in Anspruch genommen, habe auch meinen Mist gemacht. Wir waren draußen, haben was getrunken, ganz normal, wie man sich das vorstellt. Aber du warst da relativ früh schon relativ, wie soll ich mal sagen, talentiert am Rechner. Also du bist doch schon mit 14, hast du doch schon gewusst, wie man ins Darknet kommt. Das habe ich mit 50 irgendwie erfahren. Ja, mit 14, du kannst dir vorstellen, andere haben halt gezockt und das war halt so mein Hobby. Es war halt als Jugendlicher für mich so was Geheimnisvolles, was irgendwie so einen Reiz ausgestrahlt hat. Und das ist, glaube ich, auch heute bei vielen Jugendlichen noch. Und das ist auch die Gefahr. Auch bei Erwachsenen. Auch bei Erwachsenen. Und das ist auch die Gefahr in der Sache. Die verbotenen Früchte schmecken am besten, gerade in dem Alter. Und so bin ich da immer tiefer eingetaucht. Susanne Grieger-Langer erstellt gemeinsam mit ihrem Team Persönlichkeitsprofile. Für uns hat sie sich mit Cyberkriminalität beschäftigt. Verbrechen wird nie aussterben. Verbrechen wird sich immer weiterentwickeln. Wie sich jedes Geschäft weiterentwickelt. Kommt eine neue Technik auf, wird das Verbrechen sie sofort nutzen. Und Cyberkriminalität hat in den letzten fünf Jahren nicht um zwei, nicht um 20, nicht um 200, sondern um 2000 Prozent zugenommen. Aber alle die, die nicht dran sind, merken das gar nicht. Weil es wie eine Parallelwelt ist. 41 Millionen Euro allein durch Drogenverkäufe soll Martin mit seinen Komplizen im Darknet umgesetzt haben. Darknet. Wie sieht es in dieser Parallelwelt eigentlich aus? Einfach ausgedrückt teilt sich das Internet in zwei Bereiche. Es gibt das uns vertraute Internet, das sogenannte Clearnet. Und es gibt das Deep Web, das rund 1000 Mal größer ist als das Clearnet. Doch das Deep Web ist kein Ort. Hier findet man nicht indexierte Inhalte wie zum Beispiel Online-Banking-Daten oder Verwaltungscodes von Regierungen und Universitäten, die von keiner Suchmaschine gefunden werden sollen. Diese Unterwelt des Internets bevorzugen auch Menschen, die Anonymität beim Serfen suchen. Und dann gibt es da noch einen versteckten Bereich des Deep Webs. Das Darknet. Nutzen lässt es sich nur mit einem speziellen Programm namens TOR. Das wurde vom amerikanischen Militär entwickelt, ist aber heute für jeden gratis zugänglich. Manche behaupten, das Darknet sei ein Werkzeug für Kriminelle. Doch in Wahrheit wird es zum Großteil für positive Zwecke genutzt. Zum Beispiel von Journalisten und Regimekritikern auf der ganzen Welt. Also man braucht nicht zwingend ein Informatikstudium oder irgendeine IT-Ausbildung dafür. Man muss ein gewisses Interesse mitbringen, um sich damit auseinanderzusetzen und wahrscheinlich einfach auch viel Zeit. Martin hat Zeit. Stundenlang surft er als Teenager durchs Netz. Dabei stößt er auf Foren, in denen über sogenannte Frauds diskutiert wird. Betrugsmaschen im Netz. Das hat mich damals halt brutal fasziniert, weil es so eine fremde Welt war für mich. Ich wollte wissen, was steckt da dahinter. Und dann habe ich mir den Torbrowser installiert. Martins Eintrittskarte in eine Welt, in der vermutlich seine Neugier gestillt und seine Habgier geweckt wurde. Für das bandenmäßige Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sieht das Strafgesetzbuch ein Strafrahmen von 5 bis 15 Jahren Freiheitsstrafe pro Tat vor. Und für die Untreue in einem besonders schweren Fall steht ein Strafrahmen von 6 Monaten bis zu 10 Jahren Freiheitsstrafe. Vielleicht war das Warenangebot auch inspiriert durch Martins Mitbegründer. Im Internet stößt er unweigerlich auf Menschen, die seine Faszination für Technik teilen und lernt 2015 zwei andere User in einem Online-Forum kennen. Ihre Pseudonyme, Kronos und Koda 420. Alle beide waren Persönlichkeiten, die auch schon in der Szene relativ bekannt waren, weil die halt bestimmte Fähigkeiten hatten. Und am Anfang tauscht man sich nur aus. Aber wart ihr untereinander konspirativ? Ihr werdet nicht über WhatsApp kommuniziert haben? Ne, wir haben über Zschäber kommuniziert. Kenn ich gar nicht. Also über sichere Kanäle. Kenn ich überhaupt nicht. Ich wollte gerade sagen, sagt dir das alles in deiner Generation? Nein, also sind für mich alles böhmische Dörfer. Und ich bin da voll, ich bin da fasziniert, muss ich ehrlich sagen. Von dieser Art. Dich auf neue Ideen kommen, Siegfried. Siegfried Massat saß bereits 30 Jahre im Gefängnis. Mit welcher Haftstrafe Martin rechnen muss, werde ich später beim Prozessauftakt erfahren. Im Darknet bleibt man anonym. Das Einzige, was Martin und seine mutmaßlichen Komplizen voneinander wissen, sie kommen aus Deutschland, sind Computerspezialisten und wollen zusammen Geschäfte machen. Persönliches ist tabu. Es erhöht die Sicherheit. Wenn ich meinen Mittäter nur mit seinem Nickname im Netz kenne und nicht weiß, wer er ist, kann ich ihn natürlich auch schlecht verpfeifen. Und insofern trifft man auch immer auf, ja, recht absurde Situationen, dass wenn die Personen sich erstmals im Gerichtssaal gegenüberstehen und kennenlernen. Aber das ist absolut normal, dass die Personen zwar offline überhaupt gar keinen Kontakt miteinander hatten, aber online jeden Tag gechattet haben. Später, vor Gericht, wird Martin zum ersten Mal auf die Männer treffen, die vermutlich seine Komplizen waren. Einen Mitbeschuldigten habe ich einmal kurz gesehen vor dem Haftrichter und den anderen bis heute noch gar nicht. Und ja, das ist extrem komisch, die jetzt heute zu treffen. Was werden Coda 420 und Kronos Aussagen? Wer belastet wen? Martin hat nicht die geringste Ahnung. Er kennt noch nicht einmal ihre richtigen Namen. Warum hat er sich überhaupt auf völlig Fremde eingelassen? Irgendwann lernt man sich halt auch auf eine abstrakte Art besser kennen, auch wenn man sich nicht persönlich kennt. Und bei mir war es dann zumindest so, dass man irgendwann halt sagt, hey, wir verstehen uns echt gut und man fängt so ein bisschen an, den Leuten zu vertrauen. Martin, the one, gilt als Marketing-Experte. Kronos als mutmaßlicher Server-Administrator und Coda 420 als mutmaßlicher Programmierer. Das perfekte Trio, um ein technisches Meisterwerk zu erschaffen. Nach einem Jahr Entwicklungsarbeit wird im März 2016 die Verkaufsplattform Wall Street Market gebrochen. Bis hierhin ist gegen das Engagement der drei Computerfreaks nichts einzuwenden, wenn da nicht das Warenangebot wäre, ausschließlich illegale Güter. Für mich war das am Anfang, wo wir diesen Marktplatz konzipiert haben, eine Grauzone. Es gibt keinen Tatbestand für das Betreiben von einem Marktplatz. Das ist die übliche Einlassung von Internetkriminellen, dass man ja selbst gar nichts gemacht hat. Man hat sich mit Drogen gehandelt, man hat keine Waffen verkauft und man kann ja nichts dafür, wenn irgendjemand auf seinem Marktplatz etwas verkauft. Das sehe ich ein bisschen anders. Das mag bei einem Marktplatz wie Ebay so sein, wenn da mal jemand was verkauft, was illegal ist, dann kriegt Ebay das mit Sicherheit nicht unbedingt mit. Es ist aber völlig anders, wenn ich von vornherein einen Marktplatz darauf ausrichte. Wenn ich beispielsweise einen Marktplatz wie Wall Street Markt habe und habe Kategorien wie Drogen, dann kann mir der Betreiber nicht sagen, dass er nicht weiß, dass Drogen gehandelt werden. Warum stellt er denn eine derartige Kategorie ein? Ist Martin wirklich nur ein Computer-Nerd, den die technische Herausforderung reizte? Oder war es doch der Ehrgeiz, im Darknet Millionen zu verdienen? Warum macht man das? Warum geht man das hin? Man macht das doch nicht nur, weil man Langeweile hat oder irgendwo. Letztendlich habe ich doch ein lukratives Geschäft oder lege ich davon her? Natürlich, darin ist es gemündet, in einem lukrativen Geschäft. Aber Geld war tatsächlich nicht meine Hauptintention. Also ich verdiene gutes Geld, mir ging es gut, mir geht es immer noch gut, Gott sei Dank. Du hast einen ganz gemündlichen Job nebenbei noch gehabt, das muss man dazu sagen. Das war nicht sein Hauptjob. Ja, bei mir war das damals eigentlich eher so, tatsächlich aus der technischen Sicht und die Herausforderung, besser zu sein als andere. Es gab, wo wir angefangen haben, gab es Markt, also Ebay und Amazon gab es schon quasi. Das waren Dream Market und Alphabay. Das waren riesige Player. Und wir haben dann angefangen zu entwickeln, mit der Absicht besser zu sein. Zu dem Zeitpunkt hat aber keiner von uns gedacht, dass das jemals so groß werden wird. Aber ihr hattet es geschafft, das muss man echt mal sagen, weltweit der zweitgrößte Anbieter zu werden. Ein Unternehmen dieser Größenordnung aufzubauen, bedeutet intensive, jahrelange Arbeit und jede Menge zufriedene Kunden. Wie hat er das geschafft? Also es ist schwer zu sagen, welche Faktoren alles in der Rolle spielen, dass sich ein Marktplatz so gut entwickelt und so floriert. Aber mit Sicherheit war eine der Besonderheiten bei Wall Street Market, dass es eine sehr, sehr große Kundenfreundlichkeit gab. Also man war auch sehr darauf bedacht, dass eben keine betrügerischen Angebote bei Wall Street Market auftauchten. Und insofern wurde auch sehr genau beobachtet, wie die Verkäufer agieren, wie die Bewertungen sind, ob es möglicherweise Beschwerden gibt darüber, dass man die Ware nicht erhalten hat. Und insofern war das alles sehr, sehr professionell organisiert. Wir haben dann angefangen, dass wir mehr User gekriegt haben und dass so die Aufmerksamkeit auf uns gerichtet wurde, wo dann Alphabay down gegangen ist. Und richtig groß ist dann erst geworden, als Dream Market offline gegangen ist. Martin wollte besser sein als andere und interpretiert das als Zeichen seines Erfolgs. Während der Zeit, wo das gelaufen ist und dann auch so groß geworden ist, da würde ich lügen, wenn ich sagen würde, dass man da nicht stolz drauf ist, was man geschafft hat. Doch ihre Konkurrenten sind nicht ohne Grund verschwunden. Sie wurden vom FBI hochgenommen. Hast du dich nicht gefragt, warum sind die offline gegangen? Ich habe das in irgendeine Ecke geschoben. Ich wusste natürlich, das kann nicht ganz legal sein. Damals war ich blind und man schiebt es so ein bisschen weg. Irgendwann verdient man Geld und dann ist da kein Platz gewesen für Reflektionen oder sowas. Das Leben ist so schnell. Genau, das Leben war so schnell und es war so hektisch. Ja, aber mach den Gesetz im Fall, du hättest darüber nachgedacht. Hätte dich das abgehalten, dieses Darknet dann trotzdem so einzurichten? Was mich abgehalten hätte, wäre, wenn mir bewusst gewesen wäre, was du vielleicht auch Menschen antust, die nicht wissen, was sie mit den Drogen, die nicht verantwortungsvoll mit Konsum umgehen. Weil dafür bin ich natürlich auch mitverantwortlich. In Amerika, da gab es so eine Darknet-Plattform, die noch sehr viel größer war als eure und die hat man dann irgendwann dicht gemacht. Und der Kopf dieser Darknet-Plattform ist so zweimal lebenslänglich plus 40 Jahre verurteilt worden. Ross Ulbricht ist zu diesem Zeitpunkt 29 Jahre alt. Genauso alt wie Martin, als er verhaftet wurde. Ross wird das Gefängnis höchstwahrscheinlich nicht mehr lebend verlassen, denn das US-Gericht fällt das Urteil ohne die Möglichkeit einer vorzeitigen Haftentlassung. Auf Martin hat das keine abschreckende Wirkung. Er arbeitet weiter akribisch daran, seinen Marktplatz zu perfektionieren. Wenn man das geschickt macht und in dem Fall, muss man sagen, wurde das sehr hochprofessionell betrieben, dann kann man auch in dem Bereich sehr, sehr lange unentdeckt bleiben.